So, wo ist der Creeper? Da ist der Creeper. Und... Nein, nein, oh! Verdammt! Nein, nein, oh! Verdammt! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, wunderbar! Gut, wunderbar. Ähm. Oh, ich muss mal hier... Ah, hier. Wusste ich doch, hier ist etwas zu dunkel. Machen wir mal hier so. So, dalle. Und dann hier so. Dann hier so. Okay, gut, hier können immer noch Sachen spawnen. Das ist doof. Dann weiß ich, was ich mache. Äh, wo ist denn hier ungefähr die Mitte? Zwei. 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 Hier ist die Mitte, schön. So, dalle. Ha, lol. So. Äh, ja. Machen wir einfach mal so. Nice. Was ist das denn hier? So, wunderbar. Der ganze Raum jetzt hier ausgeleuchtet. Schön. Wunderbar. Na, hier haben wir das schöne Haus. Können wir hier runter an den Steg. Ich gehe nochmal hoch, kurz schlafen. Ah, das sieht nice aus. Hier. So, einmal hier hoch, bitte. So, wunderbar. Heute, äh, in eurem Tag schon gesagt. Alle sind eine Stunde später. Aber ist ja auch egal. Merkt ihr ja. So, wunderbar. Hier hüpfen. Schön. Oha. Gut, äh, ja. Was kann ich jetzt so noch so erzählen? Keine Ahnung. Ja, also ich, ähm, werde da jetzt noch ein paar weitere Häuser hinsetzen. In der Hoffnung, dass das dann besser aussieht. Oh Gott, jetzt habe ich hier wieder. Mann, stopp, oh, vergessen. Zehn Minuten, sage ich jetzt einfach mal. Das sollte reichen. Zur Not habt ihr heute einen kürzeren Part. Ist ja nicht so schlimm, sage ich mal jetzt. Immer wenn ich weniger als ein Herz habe. Und. Bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Creeper kommt. Oh, nice. Äh, soll ich es mal riskieren? Okay, gut. Wartet, wartet, wartet. Ich mache jetzt einen, mache jetzt einen geilen Trick. Passt auf. Boah. So, wo ist der Creeper? Da ist der Creeper. Und. Nein, nein, oh. Verdammt. Oh, cool. Geiler Scheiß. So. Äh, was kann ich jetzt erzählen noch so? Oder machen? Ja. Hm, meine Maus hat Spax. Okay, gut. Ähm. Äh. Hier haben wir das Lagerhaus. Ich mache jetzt hier einfach nochmal ein winzig kleines Häuschen hin. Hier drauf, so. Düm, 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 düm. Ich meine, in Skyrim sind auch nicht alle Häuser groß, deswegen müssen hier auch nicht alle Häuser groß sein. Okay. Bam. Eiskalt. Klack. Bricht sich Beinchen wieder. So, und dann hier noch einmal hin lang. Wunderbar. Und so. Schön. Ein kleines, aber feines Haus, sag ich mal. Na, fein jetzt nicht, aber klein auf jeden Fall. So, schön. Und dann einmal hier noch eine kleine Holzebene drauf. So. Dann mache ich jetzt... Gehe ich nochmal hier runter. Und ich habe hier noch Cleanstone-Ball. Die mache ich dann mal zu Cleanstone-Stufen. Die muss ich auch nochmal bearbeiten. Ich muss generell mal wieder ans Textur-Paket ran. Der ist schon lange, 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 lange Zeit nicht mehr dran gesessen. Weil ich es irgendwie immer vergesse. Sorry, Leute, aber... Gut. Ich vergesse wirklich immer. Ne, so nicht. Was mache ich hier? What the hell I'm doing hier? So. Wunderbar. So, und jetzt hier die ganzen... Dingers dran. Ja, schön, ne? Wunderbar. Das sieht so kacke aus, aber okay, gut. Machen wir einfach mal so. Ähm, ja. Jetzt baue ich das hier in der Mitte... Baue ich das hier in der Mitte natürlich wieder ab. Schön. So, in der Hoffnung, dass ich hier... Ah, einen habe ich verloren. Den gehe ich holen. Ich lasse keine Stufe zurück. Oh nein. Ist doch ein Kack. Aber hier komme ich noch hoch. So, ähm, dann... So schön. Das Dach hier soll nämlich, ähm... Ja. Nicht zu groß werden, weil das Haus relativ klein ist. Und da hat es ja dann... Bestimmt nicht so Hammer aus. Und einmal rein da, bitte. Das ist schön. Das ist ein schönes, winzig kleines Haus hier. Nochmal schauen. Ja, hier ist alles hell. Kriegt ja hier draußen noch Licht. Muss ich hier auch noch machen. So. Wunderbar. Dann kriegt das Hauschen da jetzt noch eine Tür. Dann haben wir doch noch ein Häuschen hier weiter gemacht. Und ein weiteres Häuschen. Uah. Schön. Ah, hier. Den Boden muss ich noch. Wo ist denn meine Schaufel? Äh, nicht mal so. Oh, Gott. Mann. Jetzt bin ich hier im Wasser drin, so. Ah, das Käse ist satt. Mann. Gut. Ähm, ja. Soll ich dem? Ah. Ah, ne. Mein Headset ist einfach nur zu laut. Haha. Wunderbar. Ich glaube, den mache ich hier in einen kleinen Keller rein. Jo, das mache ich. Oh Gott. Bin ich enden. Ey. So. Wunderbar. Ähm. Ich nehme da einfach mal jetzt Stein für. Gut. Wunderbar. 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 So, was mache ich jetzt hier für den Boden rein? Ich glaube, der mache ich jetzt hier für den Boden rein. Ich glaube, der mache ich einfach mal so. So, schön. Dann nehme ich mir hin das Holz. Und macht da ein Muster rein. Und macht da ein Muster rein. So. So. Kein Platz. Hier unten mit eigenem Privatpool und so. So. Ist ja nice. Ist das. Der hat dann hier hinten so eine geheime Ecke, in der immer rumschimmelt. Der Kerl. Der hier wohnt. So. Hier geht es dann noch runter. Aha. Das ist so richtig cool so. Boah, hier ist noch. Das ist doch nice hier. Da hat er richtig viel Platz, der Kerl. Sieht von oben so richtig, richtig klein aus. Und dann hinten richtig Platz drin. So der typische Comic-Effekt. Man geht in so ein kleines Gebäude rein. Und dann ist da super viel Platz drin. Nice. Soll ich dem... Ja, komm, mach ich dem einfach nochmal ein... Nee. Mach ich nicht. Soll ich schwimmen. Haha. Aber hier das 3 hoch machen kann ich immer noch. Mach ich auch. So. Schön. Wer hier auch immer hier einzieht, der kann sich dann hier schön machen. Wunderbar. Ist ja nice. So, ne? Hier unten so eine kleine Dingens. Und dann... Ja, doch. Mach ich ihm doch nur einen Weg. So. Da hat er dann hier seinen Weg. Oh, nein. Jetzt nicht ins Wasser. Ja, schön. Schaut mal. Dann kann ich jetzt hier so lang latschen. Und dann hier wieder hoch. Das ist schön. Das ist ein schönes, kleines Siegel-Häuschen hier. Nice. Dann kommt hier oben das nächste Häuschen drauf. Die sollen alle etwas unterschiedlich aussehen. Düm. 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 So. Wunderbar. Hier einmal schön alle zumachen. So. Wunderbar. Dann hier noch einmal bitte schön das Herder geben. So. So. Wunderbar. Nice. Dann mach ich jetzt hier doch nochmal weg. Hatte ich ja anfangs, glaub ich, hier hingebaut, sogar. Vielleicht nicht ganz so fest wie es aussieht, aber okay. Kommt hier ein winzig kleines Häuschen drauf. Oder so einen großen Turm. Genau. Ne. Großen Turm klappt nicht so ganz. Von hier. Nach hier. Bis da. Bis da kann ich das Häuschen machen. Sieht das von hier aus dann noch halbwegs gut aus. Ja. Das sieht noch. Das geht noch. Und dann kann der Kerl hier rein. Ja. Das geht. Ja. Ne. Dann würde ich mich über eine positive Wertung, Kommentar oder was auch immer erfreuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.